Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Infovideo hier auf unserem Kanal. Und es gibt heute Abend um 18 Uhr mal wieder einen Livestream. Nun merkt ihr, einiges ist anders. Vielleicht höre ich mich anders an. Es liegt daran, dass ich momentan nur ein stinknormales Headset habe und nicht mein cooles Studiomikrofon. Vielleicht kurz zur Erläuterung für alle, die neu dabei sind oder die es noch nicht mitbekommen haben. Ich studiere ja seit einem Jahr in Stuttgart und dort habe ich auch meinen Rechner stehen mit meinem Studiomikrofon und so weiter. Und das streame ich meistens. Am Wochenende ist es für mich relativ schwer zu streamen, da bin ich meistens bei meiner Familie, mit meiner Freundin und so weiter und so fort. Nur habe ich jetzt in monatelanger Handarbeit mir aus Ersatzteilen tatsächlich einen Zweitrechner zusammengebaut. Ich habe hier auch eine Microsoft-Tastatur und eine billige Maus. Ich habe zumindest zwei Bildschirme, auch wenn der eine jetzt schon Kratzer hat. Aber egal, auf jeden Fall, ich habe hier alles, was man theoretisch braucht zum Zocken. Und deswegen habe ich mir gedacht, weil ich hier mit meiner Freundin relativ oft ARC spiele, das, was ich ja auch schon gestreamt habe unter der Woche, das kam mir auch gut an, dass es heute Abend einen ARC-Livestream gibt. Es ist für mich momentan sehr schwierig, regulär zu streamen, deswegen ist es mit Heu und EU4 ein bisschen schwierig, weil ich Klausurenphase habe. Die habe ich aber noch nächste Woche und dann wird es wieder regelmäßiger. Aber auf jeden Fall gibt es heute einen ARC-Livestream. Ich weiß, es ist nicht für alle was, aber ich dachte mir so, das ist alles als nichts. Es kam jetzt auch ein paar Tage kein Heu mehr. Ich habe die Videos, die liegen auf meinem Rechner. Ratet mal wo? Richtig, in Stuttgart. Habe ich da Zugriff drauf? Nein, momentan nicht. Deswegen kamen keine Videos, weil ich bin unverhofft krank geworden. Ich hatte auch am Freitag eine Klausur geschrieben, habe die dann nicht geschrieben war, deswegen auch nicht in Stuttgart, war auch nicht in meinem Rechner, konnte die Sachen also auch nicht hochladen. Lief alles ein bisschen suboptimal, aber jetzt bin ich wieder da. Ich lebe halbwegs. Ich habe mich ein bisschen verschnupft an, das liegt aber tatsächlich an dem Mikrofon, nicht an mir. Also, ich persönlich habe das jetzt so empfunden. Auf jeden Fall, was spielen wir in ARC? Also, Alina und ich haben einen neuen Server, beziehungsweise den neuen alten Server. Kurze Schleichwerbung noch für Zapp-Hosting, wir sind da gepartnert. Ich bekomme den Server hier auch umsonst. In der Beschreibung ist ein Link, wenn ihr da drauf klickt und vielleicht irgendwas kauft, dann tut ihr mir einen großen Gefallen, weil, um ganz transparent zu sein, das muss ab und zu meiner machen, sonst kriege ich meinen Server hier nicht mehr gezahlt. Und das wäre schade, weil ich benutze ihn ja auch für YouTube-Zwecke. Also, auf jeden Fall, wir spielen momentan mit der Map Ragnarok, haben neu angefangen, gestern Abend, haben vier Stunden und so gespielt. Auf dem Server ist alles ein bisschen hochgedreht, also nach vier Stunden ist man da gut und gerne Level 40. Und ja, generell, wenn jemand dabei ist, also genau, jetzt kommen wir zum Punkt, es können Leute mitspielen, aber nicht alle natürlich. A, der Server hat gewisse Kapazitäten und B, ist das ja quasi eigentlich mein Privatserver, auf dem ich ganz in Ruhe mal spielen will und auf dem ich keine Drolle und so weiter haben will. Das bedeutet, wenn ihr mitspielen wollt, dann könnt ihr mich per Steam kontaktieren, beziehungsweise einfach in die Steam-Gruppe schreiben. Da könnt ihr eine Art kleine Bewerbung reinschreiben, also am besten schreibt ihr mich privat an oder ihr schreibt einen Kommentar oder versucht mich irgendwie sonst nicht zu kontaktieren, ich lese schon alles irgendwann. Äh, ja genau. Und da könnt ihr mir sagen, hey, ich bin der und der, so und so alt, das macht ihr am besten vielleicht ja nicht öffentlich, aber könnt ihr sagen, ich spiele so und so lange ARK und würde gerne mitspielen. Also, es sollte niemand sein, der überhaupt gar keine Ahnung hat, wobei es witzig wäre, weil wir haben eigentlich auch keine Ahnung, aber wenn jemand mitspielt, der so richtig Ahnung hat, 2000 Stunden Spielzeit hat, dann bitte nur, ähm, wenn die Person dann nicht auf den Server kommt, öh, was seid ihr für ein Ups, ist alles scheiße, reißt alles ab, machen wir neu, weil sowas wollen wir nicht, wir wollen nicht auf Optimum spielen, wir wollen einfach ein bisschen unser Spaß haben, das Ganze ein bisschen nebenher streamen. Wenn wir 20, 30 Zuschauer kriegen, dann bin ich eigentlich zufrieden, das ist nicht so viel, wie wenn ich Heu streamen, das weiß ich, aber immerhin mal etwas, wieder ein bisschen Aktivität, wir können ein bisschen über Weltgeschehen diskutieren. Es wird auch eher ein Test-Livestream sein, ob ich überhaupt von zu Hause aus mit diesem Rechner hier streamen kann, da ist eine GTX 770 drin, ähm, deswegen, und, äh, die 5er, 4. Generation, muss man mal schauen, ob das alles so klappt, aber ich schätze mal schon. Ähm, und ja, also kontaktiert mich per Steam oder in den Kommentaren oder sonst, was ihr mitmachen wollt, ansonsten heute Abend um 18 Uhr ARC-Livestream, ich hoffe, ich hab nicht 16 Uhr gesagt, auf jeden Fall 18 Uhr, ich muss ja auch noch ein bisschen lernen, Open End, sag ich mal, und dann, ähm, ja, hoffe ich, dass ein paar Leute zuschauen, ich denke, es kann ganz witzig werden, und bevor irgendwelche Fragen kommen, nein, es wird nichts anderes gespielt, meine Freundin ist da, und mit der kann ich allerhöchstens, ähm, Heu spielen, vielleicht noch The Forest of the Forest, äh, nicht Heu, Entschuldigung, Entschuldigung, nein, nicht Heu, eben nicht Heu, äh, ARC, oder The Forest, oder sowas, oder irgendwas anderes, trashiges, aber alles andere wird ein bisschen schwierig. Und gut, dann war's jetzt so weit von mir, ich hoffe, dass wir uns heute Abend sehen, und bis dahin, ciao, Leute!